Ich lerne Deutsch. Nummer 10372 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich bin im Mutterschaftsurlaub und kümmere mich nur noch um mein Baby. Die Wortwahl in diesem Buch ist besonders poetisch und ansprechend. Die Wortwahl in diesem Buch ist besonders poetisch und ansprechend. Ich habe hier schon so viel gesehen und versuche, den Überblick zu behalten. Ich habe hier schon so viel gesehen und versuche, den Überblick zu behalten. Der Schachlehrer erklärt den Schülern die Taktik des Spiels. Der Schachlehrer erklärt den Schülern die Taktik des Spiels. Mit den ersten Sonnenstrahlen und steigenden Temperaturen wird der Frühling eingeläutet. Schmiede sind in der Regel sehr kreative Menschen, die gerne mit Metall arbeiten und Neues schaffen. Ich möchte Kartoffeln pflanzen, also muss ich den Boden vorbehandeln. Ich möchte Kartoffeln pflanzen, also muss ich den Boden vorbehandeln. Ich möchte Kartoffeln pflanzen, also muss ich den Boden vorbehandeln. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich möchte den Boden vorbehandeln. Nach können. Vielen Dank.